Die Ernennung zum Staatsminister erfolgte hinter verschlossenen Türen. Joschka Fischer an der Seite seines Ministerpräsidenten auf dem Weg ins Plenum des Wiesbadener Landtags zur Vereidigung. Am vergangenen Donnerstag. Ein Presseaufgebot, wie es dieses Parlament seit langem nicht mehr erlebt hat. Tagelang wurde in der Öffentlichkeit über kaum etwas mehr spekuliert, als über die Frage, was der neue Minister wohl anziehen würde an diesem Ehrentag. Mit oder ohne Schlips, in Jeans oder im Anzug, rasiert oder unrasiert und ganz zentral, hat er nun Turnschuhe an oder nicht. Joschka Fischer kam so, wie seine Freunde es von ihm erwarteten. Leicht unrasiert, ohne Schlips, mit Jeans und natürlich auch mit Turnschuhen. Etwas anderes hätte er seiner Gemeinde nicht zumuten können. Sein Auftritt war für die Opposition allemal eine Zumutung. Das allerdings lag nicht nur an seiner Kleidung. Stumm ließ er die Presse über sich ergehen, für viele Kollegen allerdings eine Spur zu stumm. Wenn er doch wenigstens mal husten würde, damit du nicht rüberkommst. In anderen Räumlichkeiten wurde derweil das kalte Buffet hergerichtet. Der Ministerpräsident wollte eine Kabinettsumbildung gebührend feiern, die vor allem darin bestand, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein grüner Minister wurde. Da waren echte Lachsschnitten wohl das Mindeste. Die Süddeutsche Zeitung hat an diesem Tag die Überschrift, Staatsakt für einen Rebellen. Der Rebell Joschka Fischer ging 1968 zum ersten Mal auf die Straße in Frankfurt. Die Polizei hat dann angegriffen, obwohl es dazu keinerlei Gewalttätigkeit gekommen ist. Auf der Mainzer Landstraße Richtung Galluswarte und zwar wurden wir eingekesselt und furchtbar verprügelt. Das war mit Pferden und zu Fuß und das war alles ziemlich furchtbar. Wir waren da alle sehr schockiert. Die Schüsse auf Rudi Dutschke, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das hat uns alle sehr, sehr erschüttert. Es war allen sofort klar, da gab es nur einen Schuldigen, der die Kugel geladen hat und das war Springer. Joschka Fischer war allerdings damals keineswegs in vorderster Front dabei. Er war nie Student, saß aber doch bei Adorno, Habermas und Negd und er las Marx, Mao und Hegel. Bei der Besetzung des Rektorats der Universität Frankfurt 1968 hat er, weil viele Mitmachten, auch mitgemacht. Aber Joschka Fischer lief da noch eher nebenbei am Rand, der junge Mann mit Brille ganz unten links. Als es darum ging, die Notstandsgesetzgebung zu verhindern und dies auch der sogenannten arbeitenden Bevölkerung beizubringen, auch da Logo, würde er heute sagen, hat er mitgemacht. Schon ein bisschen weiter vorne, später als Sponti in der ersten Reihe. Der vielstrapazierte Weg durch die Institutionen hat ihn schließlich in den Bundestag gebracht, 1983. Zwei Jahre später fiel der begabte und scharfzüngige Debattenredner Fischer der Rotation zum Opfer. Bilder aus seiner Zeit als parlamentarischer Geschäftsführer der grünen Fraktion. Und es sind die wenigen Bilder, die halbwegs etwas Privates verraten, aber nicht viel. Das schlichte Abgeordnetenzimmer in Bonn. Privates aufzublättern ist nicht seine Sache. In den Archiven steht, geboren am 12. April 1948, katholisch, Metzgerssohn aus dem Stuttgarter Raum. Nach der 10. Klasse Gymnasium beginn einer Fotolehre, abgebrochen und wieder aufgenommen. Der Freizeitkicker und Fußballfan Fischer wurde, 68 wie viele andere, politisch. Er plädiert für militanten Widerstand, ruft den Terroristen dann aber fast verzweifelt zu. Genossen, schmeißt die Bomben weg, nehmt wieder die Steine. Fischer ist Vater zweier Kinder, David und Lara, aus zweiter Ehe. Mit seiner Freundin Claudia auf dem Weg zum Ministeramt, eilig an allen Kameras vorbei. Er sage nichts mehr, bevor er vereidigt sei, sagt er. Sein Pressesprecher schirmt ihn ab. Die Journalisten sind sauer. Prima Donna. Typisch, wenn so einer es geschafft hat. Auch nicht besser als die anderen. Dann aber doch ein erstes Interview im Hörfunkstudio des Hessischen Rundfunks. Was fühlt einer kurz, bevor er Minister wird? Bei der Person, Joschka Fischer, ist da so ein bisschen Bibern vor diesem Augenblick da? Ja, seltsamerweise nicht. Ich wundere mich da selbst. Ich will hier jetzt nicht einen auf den großen Kuhlen machen. Aber ich habe gut geschlafen. Ich habe mich gestern furchtbar geärgert, dass Borussia Mönchengladbach nach so einem schönen Kampffspiel da verloren hat in Madrid. Und heute Morgen gut gefrühstückt, Zeitung gelesen. Also Bibern ist nicht. Und dann der große Augenblick. Ich bitte Sie, die rechte Hand zu erheben und mir die Eidesformel nachzusprechen. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetz im demokratischen Geiste befolgen und verteidigen werde. Herzlichen Glückwunsch. Herr Präsident, damit ist die Vereidigung vorgenommen. Weder für Holger Börner noch für Joschka Fischer war das ein leichter Akt. Die grünen Fundamentalisten sehen in solchen Bildern das Ende ihrer Partei heraufbeschworen. Erst wenn ein Typ wie ich Minister werden kann, dann will ich's auch werden, hat er immer gesagt. Jetzt ist er Minister. Joschka Fischer will am nächsten Tag nach Wackersdorf fahren, der umstrittenen atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Bayern. Vorsorglich fügt er hinzu, er demonstriere dort nicht als hessischer Minister für Umwelt und Energie, sondern schlicht als Bürger Fischer. Gratulationskur bei seinen Freunden. Erste Amtshandlung in wenigen Minuten. Im grün-roten Kabinett sollen zwei neue Staatssekretäre ernannt werden. Karl Kerschkens und Marita Haibach. Beide wie er von den Grünen. Am Ende wird ein Foto gemacht, von dem Holger Börner vor Jahren sagte, es werde nicht einmal als Fotomontage zu sehen sein. Er mit einem grünen Minister. Joschka Fischer wünscht ihm und sich artig uns beiden alles Gute. Dann wieder ein Gang durch die Journalistenmenge, ein Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit, das ihm nicht unangenehm ist. Eine zärtliche Geste zwischendurch für Claudia am Rande und weiter zu seiner ersten Pressekonferenz als grüner Minister. Der Weggefährte Cohn-Bendit betrachtet die Szenerie fast ein bisschen wehmütig. Abschlussveranstaltung mit Kleinkunst und Zauberei. Die belegten Brötchen der SPD sind längst gegessen, die Grünen haben Pizza geordert. Der neue Stil ist nicht zu übersehen. Joschka Fischer, seit Tagen auf allen Kanälen, auf allen Wellen, in allen Gazetten, den Rechten, den Linken, den Ernsthaften und jetzt live auch hier. Guten Abend, Herr Minister. Guten Abend. Wie klingt Ihnen diese neue Anrede in den Ohren? Ja, ganz ungewohnt. Wenn ich hier jetzt nicht im Fernsehen wäre, hätte ich mich wieder umgedreht. Nun sind Sie aber Minister. Man muss sich dran gewöhnen, ja. Richtig. Und ich glaube, Ihr Publikum auch. Ich nehme es an, nachdem wir den Auftrieb hier gesehen haben. Richtig. Seit einer Woche tragen Sie nun die Lust oder Bürde des neuen Amtes. Was überwegt bisher? Ach, weder Lust noch Bürde. Man ist so in den Aktivitäten drin, alles so ungewohnt, so neu. Und vor allen Dingen auch so chaotisch, so leer das ganze Amt noch. Denn es gibt zwar einen Minister, es gibt einen Staatssekretär, aber es gibt keinen Haushalt, es gibt noch keine Beamte, außer eine Fachabteilung, nicht in dem Zentralbereich. Und man hat alle Hände voll zu tun. Nun könnte ich ja etwas bösartig sagen, im Chaotischen sind Sie doch eigentlich zu Hause. Insofern, ich will mich nicht beschweren hier. Ich habe Sie heute Nachmittag in Wiesbaden in Ihrem neuen Ministerium besucht, Herr Fischer. Sie residieren im zehnten Stock des Wiesbadener Finanzamts. Die Telefonstrippen hängen noch aus der Wand. Ich nehme an, Sie werden nicht für den Verfassungsschutz geschaltet. Sie haben zumindest einen optischen Überblick über Wiesbaden, einen Blick ins weite Hessenland, einen Blick sogar nach Rheinland-Pfalz, wo die Grünen kaum eine Rolle spielen. Haben Sie schon einen Überblick im Amte? Nein, das wäre übertrieben. Noch kreisen jeden Morgen die Raben um dieses Hochhaus. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Es gibt noch keinen Überblick. Das wäre viel zu früh. Andererseits, die ersten Probleme, die ersten Aufgaben sind da. Ich glaube nicht, dass dem ersten Grünen Minister 100 Tage gewährt werden. Ich glaube nicht mal 10 Tage, respektive die Journalistenschelte vorneweg. Das hat ja schon gezeigt, wobei ich das Argument irgendwo verstehen kann von der Interessenlage der Journalisten, wie schwer es für einen Grünen sein wird. Aber rückblickend finde ich doch, dass es so ganz richtig war. Und jetzt sind wir emsig dabei, die Sache irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Sie sind nun vom Sponti zum Dienstherrn geworden. Dienstherr über wie viele Menschen? Direkt 197,5. Komma 5? Wer ist der halbe? Menschen im öffentlichen Dienst sind, wenn man sie haushaltsrechtlich erfasst, durchaus auch halbe Stellen. Das heißt, nicht halbe Menschen, sondern halbe Stellen. Und man muss sich erst umgewöhnen, dass man von Stellen auf Menschen und umgekehrt zurückdenkt. Also ich muss mich umgewöhnen, ich war es bisher nicht gewöhnt. Etwa 200 Menschen. Sie hatten eine Betriebsversammlung. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dort willkommen sind? Oder gibt es eine Atmosphäre des Abwartens, der Zurückhaltung, der Skepsis? Na, ich gebe offen zu, ich hatte da etwas Bammel von, weil ich ja nicht gerade aus einem typischen Beamtenmilieu komme und natürlich die Verwaltung schon ein sehr eigenes Klima auch darstellt. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich dort nicht abgelehnt wurde, dass die Grünen dort nicht abgelehnt wurden. Man war skeptisch, neugierig, interessiert und ich sehe da für eine Zusammenarbeit eigentlich eine sehr gute Voraussetzung. Aber so ein bisschen Herzklopfen gab es bei diesen Auftritten. Es war mir etwas mulmig. Wir waren in Wackersdorf, dann in Offenburg. Wackersdorf war sehr schön, Offenburg weitaus weniger schön. Darüber reden wir noch. Unser Parteitag. Und dann kamen wir total müde nach Hause und dann saß ich da noch bis um halb zwei in der Schreibmaschine und habe mir da eine Rede geschrieben. Und dann ging man da mit etwas Herzklopfen hin, aber nach den ersten Worten war das dann verflogen. Da merkte man, dass man doch sehr aufmerksam zuhörte, was gesagt wurde und auch nachher in der Diskussion mit den Personalräten. Also ich fand das schon sehr gut. Ghostwriter gibt es noch nicht für Joschka Fischer? Nein, die gibt es nicht. Es wird auch schwierig werden, weil ich doch bisher immer alle selber auch geschrieben habe. Aber auch das Liebe, das Schreiben, die Formulierungen Liebe, im bestimmten Stil Liebe, wobei es wird auf der Dauer nicht durchhaltbar sein. Apropos Bammel. Wir haben eben die Bilder von der Vereidigung gesehen. Szenen, wie man sie bislang in der Bundesrepublik Deutschland nicht gekannt hat. Ich denke nicht nur an Ihr Habit. Was ging da eigentlich in Ihnen vor? Man fühlt doch dabei etwas. Ja, in mir ist es ganz einfach. Ich habe mir nur gedacht, jetzt nur nichts Peinliches. Jetzt reiß dich ganz furchtbar zusammen, konzentriere dich. Jetzt nur nichts Peinliches. Ihnen war also das Staatstragende dieses Augenblicks schon bewusst? Ach Gott, ich finde es nicht staatstragend. Ich finde es verfassungstragend. Da muss man differenzieren. Ich glaube, dass die Deutschen einen Fehler machen, indem sie Verfassung immer gleich auf Staat übertragen. Wobei das einen engen Zusammenhang darstellt, aber nicht unbedingt dasselbe ist. Und ich war mir natürlich an dem Punkt, es war natürlich schon ein bestimmtes flaues Gefühl. Ist es richtig, was man macht? Ist das wirklich der Weg, den man vertreten kann, verantworten kann? Werden wir es durchhalten? Halte ich es ganz persönlich durch? Kann ich das? Diese Zweifel, die sind mir alles andere als Fremden in so einer Situation. Kommen die natürlich auch, aber dann habe ich mir gesagt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich musste aber noch so ein bisschen in der Magengrube Ihrer Seele bohren, Herr Fischer, und etwas Kess fragen. Sie sind, wie man so landläufig sagt, kleiner Leute Kind. Sie haben kein Abitur, Sie haben kein Studium. Das ist sozusagen die eine Seite. Auf der anderen Seite wird Ihnen selbst von Ihren Gegnern, ja sogar von Ihren Feinden attestiert, dass Sie eine große politische Begabung seien. Hochmögende Leute, zum Beispiel Heinrich Böll, haben Sie für einen großen politischen Redner gehalten. Das sind also so unterschiedliche Ausgangspositionen und Außenbeurteilungen, die natürlich auch eine Rolle spielen, wenn man in dieser Minute vor dem Ministerpräsidenten des Landes Hessen steht und eine Eidesformel spricht. Ja, aber ich habe ja woanders schon mal gesagt, ohne die Erfahrung im Deutschen Bundestag, wo ich zwei Jahre als Abgeordneter war, wo die Situation am Anfang vergleichbar war, die chaotische Situation mit der jetzt, weshalb ich das alles viel gelassener sehe als damals im Jahre 1983, also ohne diese Erfahrung, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen und dass man nach drei Monaten eigentlich schon ganz gut miteinander auskam und dass man nach einem halben Jahr die sogenannten etablierten Entzugserscheinungen gehabt hätten, wenn die Grünen wieder weg gewesen wären. Mit dieser Erfahrung auch in der Ausschussarbeit, in der parlamentarischen Arbeit, mit dem Reden vor extrem gegnerischen Versammlungen vor Leuten, die ganz anderer Meinung sind und sich trotzdem dort durchsetzen, also mit all diesen Erfahrungen im Hintergrund habe ich mir das jetzt zugetraut, sonst hätte ich mir das nicht zugetraut. Sie haben den Deutschen Bundestag mal sehr despektierlich eine unglaubliche Alkoholikerversammlung genannt, also offensichtlich doch eine gute Schule. Ja, mittlerweile trinken die wieder alle Mineralwasser. Aha. Das dürfte ja wohl eine der spannendsten Wochen Ihres Lebens gewesen sein, Herr Fischer. Wenn ich bedenke, am letzten Donnerstag wurden Sie Minister, ein paar Tage drauf, hatten Sie eine Ihrer schlimmsten Niederlagen auf dem Parteitag der Grünen in Offenburg. Das muss man alles unter einen Hut kriegen in wenigen Tagen. Also, ich will jetzt hier nicht in Politikerhabitus verfallen und Niederlagen wegreden, aber die schlimmste war es, weiß Gott nicht. Das war eine Niederlage, zum großen Teil auch eine selbstverschuldete. Warum? Und ja, die Realos, also die Reformisten in der Partei. Ihre Gruppe. Meine Gruppe, die hier in Hessen die Mehrheit haben, die hatten nicht nur keine schlechte Taktik, die hatten überhaupt keine Parteitagstaktik, wie man so schön sagt. Bei uns sind die Parteitage offen, da ist nicht vorher festgelegt durch einen Vorstand, wie das abläuft. Das finde ich auch gut. Und zum Zweiten gab es keine glaubwürdige personelle Alternative zu Frau von Dietfurt. Und so ging das dann eben in den Orkus. Aber ich glaube, letztendlich wird sich das als ein Pyrosieg herausstellen für die Fundamentalisten. Denn praktisch haben sie keine Alternative anzubieten zu dem Weg ökologischer Reformen, den wir versuchen zu gehen. Der sicher mit Risiken behaftet ist, ich sage immer, es ist eine Gratwanderung. Gerade jetzt hier in Hessen. Wir werden vor ganz schwierigen Entscheidungen ziemlich kurzfristig stehen. Nicht nur für Sie, eine Gratwanderung auch für andere, für Ihren großen Partner. Der wandert mit auf diesem Grat. Zweifellos. Herr Fischer, Sie haben eben gesagt, dass Sie gerne schreiben. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel von grüner Kraft und Herrlichkeit, Seistrom. In diesem Buch heißt es im Vorwort, Sie hätten eine Art Hassliebe zu jener komischen Bundesrepublik. Wo liegt der Hass und wo liegt die Liebe? Der Hass liegt eigentlich daran, dass diese Republik es nicht verdient hat, auf einer Lebenslüge gegründet worden zu sein, die sich erst im Laufe der Jahre abgebaut hat, nämlich auf einer Verdrängung, einem Vergessen, einem Verschweigen des Nationalsozialismus und der vielen Verbrechen, die der deutsche Staat in dieser Zeit begangen hat, bis hin zu einem Völkermord an Juden, an Sinti und Roma. Und ich bin als Kind eben genau in diesem Klima groß geworden, wo man uns beigebracht hat, dass man darüber nicht mehr redet, wo man uns beigebracht hat, dass ein gewisser Adolf Hitler immerhin die Autobahn gebaut hat und das endlich einmal Schluss sein müsste und Endliches mehr. Es dürfte Ihnen auch bekannt sein. Auf der anderen Seite Liebe, aber auch natürlich zu einer Demokratie, innerhalb der man für seine eigenen Rechte kämpfen kann, innerhalb der Veränderungen durch einen solchen Einsatz möglich sind und innerhalb der man auch mit einer Partei wie jetzt die Grünen Mehrheiten beeinflussen kann, versuchen kann, ökologische Reformpolitik zu machen, bis rein in die Region. Noch ein Rückgriff auf den Hass. Sie haben nicht sehr freundliche Worte für die Elterngeneration, für diese verratene, verlorene, verkaufte Generation gefunden. Ja. Und zwar, weil ich es, ich will es in kurzen Worten sagen, eigentlich immer an Ehrlichkeit vermisst habe. Ich halte nichts davon, selbstgerecht sich hinzustellen und zu sagen, wir hätten das alles besser gemacht, wenn wir damals in dieser Situation gewesen wären. Aber dass man sich dann in diesen verfluchten Antikommunismus geflüchtet hat, in diese Wiederaufbauillusionen, dass man von allem, was vorher war, nichts mehr wissen wollte, die Hitlerbilder wurden abgehängt. Also diese Unehrlichkeit, dieses Verdrängen, diese Unfähigkeit zu trauern, wie Mitschuldig das nannte, wenn man das konkret erlebt, wenn man auch bei den ersten Demonstrationen als Minderheit, als die Haare länger wurden, immer noch Richtung Gaskammer gewiesen wurde von einigen oder von nicht zu wenigen. All diese Eindrücke, wobei ich hier sicher ungerecht bin, gegen vielen anderen, die anders waren. Ich habe auch viele positive Eindrücke, gerade aus dieser Generation, auf meinem späteren Politisierungsweg erfahren. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Da stehe ich auch in großer Dankeschuld. Aber insgesamt hat bei mir der Eindruck überwogen, dass die Unehrlichkeit dominierte. Und das hat dieses Zugepappte ausgemacht. Und deswegen bin ich auch letztendlich da ausgebrochen. Lebenslüge in dieser Generation akzeptiert. Aber ist nicht bei Ihnen auch so ein bisschen Unbarmherzigkeit dieser Generation gegenüber? Nein, nein, nein. Das würde ich so nicht sehen. Weil, wie gesagt, ich glaube, man sollte sich da vor Selbstgerechtigkeit hüten. Man kann auch selber Schuld auf sich laden, politische Schuld. Und mein Anspruch ist auf dem Hintergrund auch meiner eigenen politischen Erfahrung der, ja, dass ich meinen Grünen gegenüber immer gesagt habe, Leute, sagt nicht, wir sind die besseren Leute, sagt nicht, wir haben die bessere Moral, sondern sagt, wir stehen zu unseren Widersprüchen, wir wollen sie offenlegen und versuchen sie daher eben möglichst im Konsens zu lösen und nicht durch den Aufbau einer Doppelmoral. Kommen wir in die Gegenwart, Herr Fischer. Sie haben eigentlich Ihr ganzes junges politisches Leben lang gegen jene gekämpft, mit denen Sie nun in einem politischen Zweckbündnis stehen. Gegen die Staatsmacht unter SPD-Regie und die Folgen dieser Machtausübung, Berufsverbote, Radikalerlass, Kapuzaniererei, Landschaftsbetonierung, Kernkraft, Aufrüstung. Und nun, Marsch in die Institution. Die Institution ist Staatsmacht. Ja, die Frage ist, was wir besser machen können. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Hauptverantwortung, die jetzt auf mir lastet. Ob wir es schaffen, hier wirklich eine andere Politik von oben her, und als Minister ist man nun mal von oben und nicht mehr von unten, von der Straße her, ob es gelingt, hier wirklich für die Umwelt, hier in Hessen, aber auch Impulse darüber hinaus geben, an den entscheidenden Punkten Reformen durchzusetzen, die eben nicht nur rhetorischer Art sind, die nicht nur rhetorisch von der Versöhnung von Arbeit und Umwelt sprechen, sondern die wirklich mal Entscheidungen durchdrücken, die eindeutig für die Umwelt gehen. Das wird sehr schwierig. In diesem Bündnis ist ein klarer Zielkonflikt durch zwei Parteien vorgegeben. Ich finde das auch gut. Die Grünen sind nicht die SPD und umgekehrt die SPD nicht die Grünen. Die einen mehr für Arbeit, Strichwort, traditionelle Industrialisierung, traditionelle Politik mit ökologischen Rändern, ökologischen Umorientierung, die ich nicht abstreiten will, auf der anderen Seite die Grünen, eindeutig ökologisch orientiert, oft nicht sehr an der Realität der Mehrheit orientiert, aber dafür Anwalt der Umwelt, Interessenvertreter von Umwelt- und Überlebensinteressen. Dieser Zielkonflikt, wenn man den kreativ hinbekommt in der Regierung, könnte ich mir vorstellen, dass für beide Parteien und damit für eine andere Mehrheit in diesem Land, was sehr Gutes bei rauskommt. Nun haben Sie gestern die erste reguläre Kabinettssitzung gehabt. Ich stelle mir das nun ganz plastisch vor. Man sitzt nun miteinander am Tisch. Der Regierungschef hat das Sagen. Er ist der Chef dieser Konferenz auch. Und es ist jener Mann, der zum Gebrauch der Grünen vor kurzem noch Dachlatten verwenden wollte. Und Sie haben ja als Sponti und Gegner ihn auch nicht geradezu geliebt. Wie geht so was? Ach nein, da war ja die letzte Zeit der Tolerierung, hat er schon moderierend, mildernd auf beide Seiten gewirkt. Ich glaube auch, dass das mit dem Dachlattenzitat eine verbale Kraftmeierei war, aus dem Alter war er raus. Das war vielleicht eine Reminiszenz an vergangener Zeiten auf dem Bau. Im Kabinett ist es ganz einfach, geht es eigentlich zu wie in einem Parlamentsausschuss. Es ist eine Arbeitsatmosphäre, es sitzen mehrere Menschen um einen Tisch. Es gibt eine Tagesordnung, es gibt Vorlagen dazu. Das meiste ist schon vorgeklärt. Und da werden nochmals politische Meinungen ausgetauscht. Es wird versucht, Konflikte zu kontrollieren, in den Griff zu bekommen, nicht unnötige Konfrontationen aufzubauen. Ich hatte bei der ersten Sitzung den Eindruck, dass der Ministerpräsident Herr Börner im positiven Sinne sehr bemüht war, ein Klima von Kooperation zu schaffen. Börner hat am vergangenen Donnerstag im Hessischen Landtag gesagt, wir haben einen neuen Anfang gemacht, um die protestierende Jugend von den Mitwirkungschancen im demokratischen Staat zu überzeugen. Sehen Sie das auch so? Wenn es gelingt, könnte ich mir vorstellen, dass diese Demokratie in ihrer Kultur, in ihrer politischen Kultur, es als größere Selbstverständlichkeit akzeptiert, dass politisch engagierte Menschen nicht mehr obrigkeitsstaatlicher Erstarrung unterliegen müssen, wenn sie in Parlamenten sind oder wenn sie gar in die Verantwortung gehen, in Regierung gehen, ob auf kommunaler oder Länderebene. Ich wünsche mir auch eines Tages im Bund. Und gleichzeitig ihre Interessen, ihre Grundrechte gemäß dem Grundgesetz, bei Demonstrationen, bei Versammlungen, freier Meinungsäußerung wahrnehmen. Ich sehe da keinen Widerspruch. Das heißt, wenn in diese politische Kultur der Bundesrepublik mehr Demokratie einzieht, mehr demokratischer Konflikt, aber auch mehr demokratischer Konsens, der von unten gebildet und getragen wird und in die Regierung reinreicht, auch personell, dann würde ich das eine sehr gute Sache finden. Wenn es allerdings so gemeint ist, dass man uns gewissermaßen jetzt gewaschen und gebügelt dann an den Kabinettstisch setzt und sagt, so, jetzt haben wir sie endlich doch noch ordentlich gekriegt, dann glaube ich, wäre das eine Illusion. Nun kann man das Ganze natürlich auch anders sehen. Man könnte sagen, die Grünen machen einen taktischen Sprung nach vorne in die Parlamente, in die Regierungen, wenn es denn geht, weil sie ja so furchtbar gut nicht aussehen. Denn demoskopische Umfragen zeigen ja einen Kursverlust der Grünen. Vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen, da gibt es in Umfragen Ergebnisse, dass sie bereits unter 6% liegen. Führt diese Parlamentarisierung oder diese Regierungsfähigkeit im hessischen Fall zum Basisverlust? Nein. Vorwurf der Fundus, oder wie heißen Sie? Fundis. Fundis. Der Fundamentalisten gegen die Realos. Das sind die Grundsätzlichen, gegen die Wirklichkeitsnacht. Nein, also ich glaube, es ist ein anderes Problem. Probleme, oder ich will es umgekehrt sagen, Probleme hat die Grüne Partei, weiß Gott genug. Sie ist viel zu schnell gewachsen und hat auch, wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt eines organischen Wachstums sieht, viel zu schnell einen Regierungseintritt erlebt. Das will ich alles nicht abstreiten. Ich behaupte allerdings, es geht nicht anders, unter anderem auch auf Fakten oder Faktoren, die Sie genannt haben. Aber das eigentliche Problem, weshalb Basis wegbrechen könnte, ist ein dogmatisierter, versteinerter, inhaltsleerer Konflikt, Systemüberwindung oder Mitarbeit am System. Das sind zwei Schlagetodformeln. Das sind Begriffe, die nichts mehr sagen. Die sagen nichts über das Waldsterben, die sagen nichts über Gewässerverschmutzung, die sagen nichts über Abfall- und Müllprobleme, die sagen nichts über soziale Probleme, sondern es ist ein ideologischer Konflikt von vorvorgestern, an dem diese Partei schwer, schwer trägt. Auch von heute, Herr Fischer. Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, ich weiß nicht, aus welchem Jahr dieser Aufsatz stammt, ein universeller moralischer Anspruch auf das Gute hat noch niemals und nirgendwo mit einem politischen Interessen-Egoismus zusammengepasst. Das ist das, was Sie eben gesagt haben. Aber dieser moralische Anspruch wird ja von vielen Grünen mit jugendlicher Radikalität gestellt und das ist auch in Offenburg wieder sichtbar geworden. Das würde ich nicht sagen. In Offenburg ist sichtbar geworden, dass man eine Abwahl ohne eine Alternative nicht wollte. Also in Offenburg ist für mich nicht mehr sichtbar geworden. Wobei ich unsere Mitschuld, die Mitschuld der Realos, da überhaupt nicht minimieren will. Es wird dadurch für uns die Bundestagswahl schwieriger werden, weil ich mir einen Bundesvorstand gewünscht hätte, in dem alle drei Strömungen, Fundis, Realos und der Mittelposition, dargestellt worden wären, weil ich eine Integrationsleistung verlange von diesem Bundesvorstand. Und ich sehe keinen Sinn darin, dass nachdem Herr Dregger, nachdem Herr Wallmann, nachdem Herr Langmann vom BDI, nachdem Höchste über mich hergefallen sind, als letztes dann Rainer Trampert dasselbe sagt, nur von der anderen Ecke her. Das macht für eine Partei auf Dauer keinen Sinn. Das blockiert die Kräfte, das blockiert Kreativität. Ich hätte es mir anders gewünscht. Nun haben wir diesen Vorstand, wie er ist. Nun müssen wir miteinander leben. Hier in Hessen leben wir schon lange in fundamentaler Opposition zur Mehrheit im Bund, mit unserer Realpolitik. Und bitte schön, bis zum Elzerberg gilt das, was die hessischen Landesmitgliederversammlungen beschließen. Daran werden wir uns in Zukunft fallen. Könnte nicht dennoch die Beteiligung an der Macht, wie Gerhard Spörl in der Zeit schrieb, und manche Fundamentalisten bei den Grünen fürchten das ja ebenfalls, könnte nicht die Beteiligung an der Macht der erste Akt der Selbstzerstörung sein? Nein, der erste Akt nicht, dass es zur Selbstzerstörung führen kann, wenn man scheitert. Das würde ich nicht abstreiten. Das Risiko würde ich nie abstreiten. Die Alternative aber, die Alternative ist ein Versinken letztendlich in einem radikalen Ghetto, wo die Partei als parlamentarische Kraft zugrunde ginge, wo sehr viele wahrscheinlich zur Sozialdemokratie zurückgingen, mit einer, wie ich fände, fatalen, resignativen Niederlagenerfahrung, wo wir diese einmalige Chance, und ich würde sagen, wir haben sie wahrscheinlich nur einmal, meine Generation, auf diesem politischen Spektrum, von dem wir jetzt reden, eine eigenständige Partei zu gründen, eine eigenständige ökologische Kraft, eine soziale Kraft, und eine Kraft, die wirklich pazifistisch orientiert ist, denn das gibt es in der Bundesrepublik und in anderen Parteien nicht, die auf Blockauflösung, Blocküberwindung zielt, da haben wir eine Chance, und die heißt, die Grünen. Und wenn wir diese Chance verspielen, sei es, indem man sich anbietet und integriert, sei es, dass man wirklich einen verbalen Radikalinski raushängt und im Grunde genommen nichts verändert, sondern nur die Verhältnisse anprangert und plakativ dagegen hält, wenn wir diese Chance vertun, dann haben wir unseren Beruf verfehlt als Politiker. Was Sie nun als Chance sehen oder als ein Bündel von Chancen, ist natürlich in jedem politischen Zweckbündnis doch ein Bündel von Problemen und Sprengbomben. Aber man muss es nicht so militärisch ausdrücken, Sprengbomben, ich sage es einmal lieber, es sind Momente, Trennungsmomente, aber Sie finden, also wenn ich das mal sagen darf, die Gemeinsamkeit etwa zwischen einem Oskar Lafontaine und einem Hermann Rappe in der SPD oder die frühere Gemeinsamkeit zwischen Helmut Schmidt und Willy Brandt oder zwischen Willy Brandt und Herbert Wehner, die waren wahrscheinlich noch von schärferer Güte, um es mal gelinde auszudrücken, als mein Verhältnis zu manchen Pfundes. Das ist richtig. Christliche Nächstenliebe ist selbst in Parteien, die so heißen, nicht unbedingt ausgeprägt. Die Männerfreundschaften zwischen München und Bonn zum Beispiel. Gut, kommen wir doch zu dem, was Sie nun erwartet. Sie haben heute gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärt, was nun Sache sei. Und kommen wir ganz konkret zu einzelnen Problemen, die Sie sozusagen vor der Brust haben. Erstes Stichwort, Hanauer Nuklearbetriebe. Sie haben verlangt, dass das Land sich mit allen Mitteln dagegen stellt, auch gegen die Weisungen des Bundes sich verhält. Sie haben dann gesagt, man müsse notfalls eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herbeiführen. Alles klar. Nun aber, wenn das Bundesverfassungsgericht, das ist ja immer möglich, gegen Hessen entscheidet und der Vorstellung des Bundes Recht gibt, was macht denn dann ein Minister Fischer gegenüber seiner Basis? Wir müssen fragen, was macht die Grüne Partei? Denn das, was ich da gesagt habe, steht in den Koalitionsvereinbarungen drin und war vorher Gegenstand der Tolerierungsvereinbarung. Was macht dann die Grüne Partei? Und meine Meinung ist die, dass dann nur noch der Versuch bleibt, andere Mehrheiten hinzubekommen. Denn dann bleibt nur noch Mehrheitsentscheidung. Sofern man nicht in den Grundrechtsbereich reingerät, wo die Zwo-Drittel-Entscheidung oder sogar der unantastbare Bereich gefragt ist, ist in diesem Falle nicht. Man kann das Bundesverfassungsgericht nicht für seine Zwecke instrumentalisieren, wenn man bei der Volkszählung ein Urteil erhalten hat oder mit dem Brockdorf ein Urteil erhalten hat, das ich sehr gut finde, dann gab es in der Vergangenheit auch Urteile, die ich grauslich gefunden habe, politisch etwa das Urteil zum Grundlagenvertrag, glaube ich, im Jahre 1972. Und jeder und jede politische Kraft, die nach Karlsruhe geht, unterwerft sich natürlich diesem höchsten Richterspruch, darüber rangiert nur noch der Allerhöchste und der Urteil nicht in den irdischen Dingen. Nur Herr Fischer, das würde doch in diesem Fall dann auch heißen, ein solcher letztinstanzlicher Urteilsspruch ist zu respektieren, dann hat gewaltloser Widerstand ein Ende. Gewaltloser Widerstand ist eine Frage der Überzeugung, der moralischen Überzeugung eines jeden Einzelnen, wie weit er Gesetzesübertretungen, etwa gegenüber der Straßenverkehrsordnung, wie weit er Bestrafungen auch in Kauf nimmt, weil er eine Überzeugung, die mit demokratischen Mitteln eine Mehrheit fällt, ein oberstes Gericht bestätigt, trotzdem nicht mittragen kann. Das ist eine Haltung, die Respekt verdient, meines Erachtens. Ja, aber könnte dann der Minister Fischer im Kabinett in Wiesbaden sitzen und sich anketten oder was? Und sich gleichzeitig, ich weiß nicht wo, in Hanau irgendwo anketten? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil Sie kürzlich in Offenburg oder in Wackersdorf sehr unterschieden haben zwischen dem Minister Fischer und dem Privatmann Fischer. Kann man das überhaupt, ne? Also, vielleicht hätte ich sagen sollen, das Grundgesetz, die Demonstrationsfreiheit, die Meinungsfreiheit, gilt für alle. Und wer in einer Demonstration, gar in einer genehmigten Demonstration teilnimmt, wer dort seinen Protest ausdrückt, das ist kein Feind dieser Demokratie, sondern eher jemand, der einen Beitrag zu dieser Demokratie leistet. Es müsste eher selbstverständlich sein, dass auch Minister, dass hohe Würdenträger dieses Staates bis hin zum Bundeskanzler demonstrieren gehen, wenn sie der Meinung sind, als Bürger in diesem Amt, dass hier etwas passiert, was sie anders nicht mehr beeinflussen können, dagegen wollen sie protestieren. Das finde ich, um es mal abgekürzt zu sagen, stinkt normal in der Demokratie. Aber ist da nicht der Pragmatiker Fischer doch jetzt ein bisschen Utopist? Nein, nein, ich sage ja, mit dem Anketten oder so, für mich wäre das der Punkt, wo ich dann es entweder lassen würde oder zurücktreten würde. Weil da gerät man dann in einen Konflikt, bestimmte Dinge gehen als Minister nicht mehr, auch in anderen Bereichen. Und wenn man meint, man ist da an eine Grenze gekommen, dann muss man die Konsequenzen ziehen. Also ich verspreche Ihnen hier in aller Öffentlichkeit, diese Klebeleistung der Herren in Bonn am Sessel, die werden Sie bei mir nicht erleben. Vielleicht kommen wir nachher noch mal darauf, was Klebeleistung angeht. Aber so ein Bündnis, so eine Mitgliedschaft in einer Landesregierung, in einem Kabinett verlangt Solidarität der Beteiligten auf der Grundlage vereinbarter Ziele. Dazu sind Sie fähig und in der Lage. Zur Solidarität bin ich fähig. Ich bin lang genug... Nein, in diesem Fall Solidarität mit dem anderen, nicht mit den eigenen Leuten. Ja, 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 ja. Zur Solidarität bin ich fähig, auch bei klare Interessenabgrenzung. Das setzt aber voraus, dass es keine Einbahnstraße ist. Solidarität, da kann man einmal betrogen werden, aber dann geht sie nicht mehr, weil dann ist das Vertrauen weg, das Solidarität erfordert. Dann wird es ätzend, wenn das weg ist. Weil dann traut man sich nicht mehr. Ich sage immer, Kabinettsdisziplin setzt Koalitionsdisziplin voraus. Wenn wir Holger Börner ernst nehmen, wo er gesagt hat, es wird nicht draufgesattelt gegenüber den Grünen, dann sage ich, jawohl, es wird von den Grünen nicht draufgesattelt, es wird aber auch von der SPD nicht draufgesattelt und schon gar nicht abgesattelt. Jeder Versuch in diese Richtung würde ich als zutiefst unsolidarisch empfinden. Und ich glaube, meine Partei und die Fraktion auch. Noch ein ganz konkretes Thema, wiederum Umweltschutz. Sie wollen eine ökologische Neuorientierung, vor allem in der Abfallwirtschaft, durchsetzen. Das ist kompliziert, darauf wollen wir jetzt vielleicht nicht eingehen. Aber Sie erwarten eine Reihe interessanter und produktiver Gespräche mit der Wirtschaft. Für die Wirtschaft sind Sie ein Buhmann, Herr Fischer. Sie machen sich doch keine Illusionen. Reden die überhaupt mit Ihnen? Also ich weiß nicht, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Die einen waren sehr empört, haben ihrer Empörung Ausdruck verliehen, wenn ich das mal so vornehm sagen darf. Was Ihr gutes Recht ist? Andere würde ich nie bestreiten, natürlich. Im Gegenteil, ich würde mich hinterher noch dafür bedanken. Und andere wiederum haben sich zu Realos erklärt an der Frankfurter Börse und gemeint, Sie würden das gelassen sehen. Nein, ich glaube, man sollte diesen Konflikt entdramatisieren. Ich kenne auch bislang keinen. Man sollte diesen Konflikt entdramatisieren in seinen psychologischen Dimensionen, um den kommenden Konflikt oder die vielen kommenden harten Sachkonflikte dahinter klar zu erkennen. Denn die Funktion des Umweltministers ist es nicht die, für die Interessen der Wirtschaft zu sprechen, sondern für die Interessen der Umwelt, für die Interessen der Wirtschaft sprechen mehrere andere Minister. Und ich kann mir vorstellen, dass es verständige Unternehmer gibt, die darauf setzen, die auf Reformen im Umweltbereich setzen, die da auch Möglichkeiten sehen, für sich selbst in diesem Bereich etwas zu machen, die begreifen, dass die Akzeptanz in Umweltfragen, vor allem im Bereich von Umweltgefährdungen, Umweltverschmutzung, bei der Bevölkerung zunehmend geringer wird. Aber es gibt auch andere, und ich würde sagen, sehr namhafte, die von einer unglaublichen Dickschädlichkeit diesen Notwendigkeiten gegenüber sind. Und da kracht dann Dickschädel gegen Dickschädel. Einigen von denen wollen Sie ganz tief in die Tasche greifen, denn Sie wollen im Umweltschutz vor allem bei den Altlasten das Verursacherprinzip durchsetzen. Das heißt, mancher Unternehmer muss von Minister Fischer erwarten, dass der ihm Millionen abverlangt für Dinge, die er irgendwann vor 20 Jahren mal auf eine Deponie gekippt hat. Also ob es so einfach geht mit den 20 Jahren, es gibt ja auch zwei Jahre oder noch jüngeres, da kann ich nur sagen, wenn jemand Milliarden verdient und ausweist als Gewinn, etwa in diesem Jahr, da wird doch wirklich einige Millionen dafür zur Ader gelassen werden können und nicht nur zu Lasten des Steuerzahlers, zu Lasten der Gemeinschaft. Das wird in dem Bereich der Altlastensanierung wird es eine komplizierte, auch rechtlich komplizierte Auseinandersetzung geben. Man wird Modelle suchen müssen zwischen Gemeinlastprinzip, Verantwortung der Gemeinschaft, viele Unternehmen existieren nicht mehr, mittlere und kleinere, andere hatten Vertrauensschutz, die Behörden haben mitgemacht, die Einstellung war eine andere, aber auch das Verursacherprinzip, dort wo Verursachung festgestellt wird, wo vielleicht sogar im Nachhinein könnte man fast sagen fahrlässiges Verhalten festgestellt wird. Das wird eine komplizierte Auseinandersetzung und wir fühlen uns hier vom Bund allein gelassen, ein weiteres Mal, dass uns Herr Zimmermann, der Umweltminister für den Bund, in dieser Frage allein lässt, eine Rahmengesetzgebung vom Bund wäre dringend notwendig, denn die Sanierung der Altlasten, sozusagen der Preis der Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem alle beteiligt waren, ich würde mich da nicht ausnehmen, ich hatte Jahre 1970 dazu auch noch eine andere Haltung als heute. Das ist eine der großen Gemeinschaftsaufgaben in den jetzt, in den ausgehenden 80er Jahren, den 90er Jahren, enorm teuer, aber das, was da an Zeitbomben, und jetzt verwende ich mal diesen militärischen Begriff, weil die Folgen in der Tat gefährlich bis tödlich sein können, was da an Zeitbomben zumeist in der Erde ruht, nicht schlummert, ruht, was da an Gefährdungspotenziale für Menschen und Umwelt drinsteckt, da ist der Staat gefragt, da sind die Verantwortlichen gefragt und da sind vor allen Dingen auch die Verursacher. Jetzt redet Joschka Fischer schon in Jahrzehnten, er ist für zwei Jahre im Amt. Nicht ganz, nicht ganz, knapp zwei Jahre. Heißt das, dass er gerne länger bleiben möchte? Ob ich gerne länger bleiben möchte, das weiß ich noch gar nicht, ob ich das durchhalte, weiß ich auch noch nicht, dass die Grünen länger im Amt bleiben müssen, die Nachfolgerin oder der Nachfolger, dass die Koalition über 87 hinaus dauern muss, wünsche ich mir sowohl unter der Perspektive, dass wir gegenüber der Regierung in Bonn eine klare Alternative und die kann meines Erachtens nur grün-rot sein, mittelfristig aufbauen, aber auch von der Sache her. Umweltpolitik ist im Wesentlichen Planungspolitik. Kurzfristig können Sie da immer nur eine Sache umgewichten, von da nach dort schieben, aber Sie können nicht wirklich was verändern, weil es Ergebnisse von strukturellen Prozessen sind. Einverstanden, Herr Fischer, aber könnte Sie da unterwegs irgendwo der Blitz der Rotation treffen? Nein, der Blitz der Rotation trifft mich an dem Punkt nicht, der würde mich nicht der Blitz der Rotation, sondern der Blitz des Rücktritts, der Blitz des Debakels. Oder der Blitz des Wahltermins. Und der Blitz des Wahltermins, aber das ist kein Blitz mehr, sondern dieses sieht man auf sich zukommen, da wird man sich und ich bin da an dem Punkt eigentlich ganz optimistisch, dass wir da 87 eine schöne Bestätigung vom hessischen Wählerinnen und Wähler bekommen. Okay, Herr Fischer, unsere Zeit ist abgelaufen. Meine Damen und Herren, Joschka Fischer, ich möchte es so salopp ausdrücken, ein Kabinettstück besonderer Art. Mal sehen, was draus wird. Ich möchte es schlagen. Vielen Dank. Vielen Dank.